Hallo? Okay, dort müssen wir hin. Dann gehen wir doch gleich mal zum Teleportationsstein. Also wir müssen ihm irgend so einen Brief bringen. Wow. Einen Brief für den Meister. Also irgendwie, zur Zeit sieht alles für mich aus wie ein Gegner. Gold. 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 Ähm. Ach hopp. Muss ich jetzt den ganzen Weg dort außen rum, weil du da nicht runter springen willst? Gut, dann machen. Du willst mich doch verarschen. Och Mensch. Doch, du springst jetzt hier runter. Ich befehle es dir. Ist mir jetzt egal wegen dem bisschen Leben. Das wird sowieso wieder aufgeladen. So. Den Stein. Und dann dahin. So, jetzt müssen wir mit diesem Master irgendwas reden. Ey, Master irgendwas. So. Das dürfte der hier sein, oder? Der, der hier irgendwo steht. Jupp. Hey, du. Du. So blind needs archers, does he? Yeah. Ja. Ja. Zwei weitere Wikinger-Clans. Der eine dürfte das hier sein, und der andere die hier. Aber keine Ahnung. Puh. Wow. Das ist ja gemeingefährlich. Naja, hier wieder über die Brücke. Und dann wieder zu unserem anderen Kumpel und ihm Bescheid sagen, dass wir den Brief überbracht haben. Bla bla bla. Na los. Hm. Da hin. Und dann wieder dort oben hin. Irgendwie hier vorbei an dem Felsen. Und durch das kühle Nass. So. 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 Also, dann müssen wir jetzt hier hochlaufen. Oh ja, über so einen Stein kommst du nicht, oder was? Das ist ja so. Hm. Gold. Und den Med könnten wir auch wieder abgeben. Wir haben ja wieder zwei, und die sind ja hier im Spiel ziemlich viel wert. So Mister Okay Ich hab doch alles gemacht was die wollten Ups Da geht's noch weiter Ah ja Was Hallo Was verlangen die von uns In Kaltberg Kaltberg könnte das hier sein Ja Wir müssen dorthin uns reinschleichen Mist 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 Ja das machen wir in der nächsten Folge Bis dann denn Test 1 2 3 Und da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Viking Battle for Escut Wir müssen jetzt hier oben hin Und uns irgendwie in diese Festung schleichen Was wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein wird Aber vorhin hab ich auch noch was gesehen Und zwar geht dort ein Weg hinunter Dort nebenan der Seite Und vielleicht kommen wir dort durch Oder eher gesagt Na dort durch Sondern dort Unten Dahin wo wir hinwollen So hier ist wieder ein Wikinger Stützpunkt Den wir ja schon in der letzten Oder bei irgendeiner anderen Folge Gesichert haben Und wir gehen jetzt hier runter Ah ja da kann man auch laufen Aber da seh ich schon ein paar Gegner Hm mal sehen Dann laufen wir den ganzen Weg mal Schön Am Meer entlang Und da sehen wir schon die Gegner Ich geh hier mal Kann man hier durch Ohne gesehen zu werden Ich denke mal ja Ich geh mal hier oben entlang Nein da hat uns nicht gesehen Na los Okay die anderen haben uns aber noch nicht gesehen So wo müssen wir hier entlang Da hinten ist so eine kleine Halsabschneiderarmee Aber ich glaub wir können hier auch rum Mal sehen Ah ja hier können wir hoch Und da ist noch so ein Stein Ein Portal Wenn er meint dass wir uns davon Abbringen lassen Ha dann hat er sich geschnitten Okay hier geht's nur steil nach unten Und dann gucken wir mal Ob wir hier irgendwie Unerkannt Hinein gelangen Bisher können die Und die beiden uns noch sehen Er hopp Dreht euch um Oder sonstiges Macht irgendwas Muss ich jetzt ins offene Gefecht Mit den beiden Kann's doch aber auch nicht sein Oh die haben wir noch gut Gemäuschelt bekommen Und dann gehen wir doch gleich mal Hier hoch Und noch eins weiter hoch Ich würde mal schätzen Hier durch Oder auch Vielleicht auch nur die Leiter hier hoch Da hinten Ist ein Gegner Alter sind da unten viele Gegen die wollte ich mich jetzt nicht auf einmal anlegen Oh shit oh shit Müssen wir da wirklich runter Boah wie viel Rot ist denn da hinten Ist das so ne Generalsversammlung oder wie Du hältst schön die Klappe Du hältst schön die Klappe Das werden ja immer mehr Scheiße 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 Also wenn ich jetzt mal nicht so rede Dann tut es mir wirklich leid Aber Ich muss noch ein bisschen aufpassen Dass die uns nicht alle hier sehen Naja das ist denke ich mal so Leicht clear Naja geht da drüber man Und jetzt da hinten Nicht rum So das wär auch mal geschafft Okay da unten sind auch ein paar Gegner Und ich glaub wir müssen dort auch hin Ach versteck dich versteck dich Wenn das mal jetzt kein Fehler war Shit 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 Scheiße der hat uns auch gesehen Stirb Gut So jetzt hier hinten Vielleicht entlang Oh scheiße Scheiße Ich geh mal hier oben hin Shit 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 Ja komm her komm her Na wo bleibst du denn Na wo bleibst du denn Okay die alle haben uns zum Glück nicht gesehen Nur wo muss ich hin Ich hab gar keine Ahnung Kann man hier auf der Mapnet noch ein bisschen heran Zoom Ähm Ja unten Das sieht aus wie wenn ein Weg Entlang geht Aber Ne das kann's doch niemals sein Da müssen wir da hoch Dort Wo ist denn der einfachste Weg dann nach unten Oh ich finde das blöd Dass man's nicht sehen kann Und hier ist so was riesiges rotes Ich kann meine hier haben uns zum Glück nicht verabschieden Vielen Dank.